Hey, es ist so cool, dass du auch bei uns am zweiten Video dabei bist. Jetzt dauert es weniger als vier Wochen, bis unser Alpha-Kurs schon beginnt. Warum machen wir denn überhaupt einen Alpha-Kurs? Als Christen, da wissen wir doch eigentlich ganz genau, wie wichtig Evangelisation ist. Und wir wissen genau, wie sehr Jesus unser Leben verändert hat und das Leben von anderen Menschen verändern kann. Aber in der Realität, da fällt es uns dann doch nicht immer so leicht, über unseren Glauben zu sprechen. Wir wissen also, eigentlich sollten wir, aber ganz praktisch wissen wir oft nicht, wie. Und genau hier kommt Alpha ins Spiel. Eine einfache Lösung. Lade einfach zu Alpha ein. Alpha schafft einen Ort, wo die Menschen eingeladen sind, den christlichen Glauben zu entdecken. Hier geschieht es in einer ganz entspannten Atmosphäre, wo wir auf respektvolle Art und Weise miteinander umgehen. In jedem Input wird eine Grundlage des christlichen Glaubens weitergegeben und dann fällt es leicht, darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Die Gäste, sie werden immer wieder ermutigt, ganz ehrlich ihre Gedanken und Fragen zu stellen und wie sie wissen, dass in der Gruppe keiner schlecht über sie reden wird. Denk du doch einfach mal ganz kurz nach. Überleg dir mal drei Personen, die du vielleicht aus deinem Umfeld zu Alpha einladen möchtest. Bete für diese Personen in den nächsten Tagen. Und jetzt haben wir auch nochmal von Alpha ein kurzes Video, wie es funktioniert und wen wir alles zu Alpha einladen können. Wir alle haben einen solchen Menschen in unserem Leben. Ein Nachbar, den wir jeden Tag treffen. Den Kollegen, den wir fünf Tage die Woche im Büro sehen. Oder die Freunde, die wir gelegentlich treffen. Menschen, denen wir wünschen, sie könnten Gottes Liebe erfahren. Wie geben wir diese Liebe weiter? Wie fängt man das an? Tief in wissen wir, dass es uns etwas kosten wird, wenn wir unser Leben öffnen, um den Glauben weiterzugeben. Es kostet Zeit, Engagement, die Bereitschaft abgelehnt zu werden. Trotzdem sind wir dazu berufen, den uns nahestehenden Menschen von Christus zu erzählen. Wenn du dein Leben öffnest, schaffst du Räume für ehrliche Gespräche. Räume, wo Menschen sie selbst sein können und mit vertrauten Menschen über tiefgehende Lebensfragen reden können. Deshalb veranstalten wir Alpha. Alpha ist ein mehrwöchiger Kurs, zu dem du deine Freunde einladen kannst, bei einem Essen über die großen Fragen des Lebens zu sprechen. Eine Möglichkeit für dich, Menschen zu einem ehrlichen Gespräch über den Glauben einzuladen. Denn wenn es schwerfällt, eine Gelegenheit zu finden, oder die Worte, oder den Mut, dann kannst du einfach einladen. Alpha. Wen lädst du ein? Wie ihr schon wisst, bei uns geht's los am 9. Januar, immer dienstags um 19 Uhr. Wir freuen uns, wenn du viele Menschen einlädst. Und vielleicht begleitest du ja auch selber jemanden, um bei diesem Kurs dabei zu sein. Bis dann. Amen. Vielen Dank.